Was geht ab Freunde, Sascha von SkillgamingTVs Video und herzlich willkommen zu einer neuen Verlosung von uns für euch. Ja, habt ihr richtig verstanden, wir machen mal wieder eine Verlosung, weil wir jetzt schon circa ein Jahr auf YouTube sind und weil die Adventszeit angebrochen ist und Weihnachten auch vor der Tür steht, haben wir gedacht, machen wir einfach mal eine Verlosung. Und die, die jetzt denken, ja das wird eh nur Fake sind oder von Titeln, wir wissen noch nicht, ob wir das Gewinnteil, würde ich jetzt mal sagen, also was man gewinnen kann, in den Titel einfügen, jedenfalls denke ich mal ein Thumbnail. Deswegen die denken, dass es eh Fake ist, macht einfach nicht mit, juckt uns auch nicht. Die denken, ja vielleicht gewinnt man ja was und die machen, das ist kein Fake und ich kann euch sagen, das ist auch kein Fake, auch wenn das ein, kann ich jetzt mal voraussagen, ein etwas teureres Gewinnteil ist, was Neues, aber ja das erfahrt ihr auch gleich nochmal. Ja, die mitmachen wollen, müssen das Video liken, kommentieren mit ich will oder ja keine Ahnung, einfach ich will kommentieren oder noch was dazu schreiben, könnt ihr euch aussuchen und dann natürlich auch noch SkillgamingTV abonnieren, dann könnt ihr gewinnen und falls ihr auch noch Facebook habt und eine höhere Gewinnchance haben wollt, dann like unsere Facebook Seite, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt sage ich einfach mal, was ihr gewinnen könnt, ihr könnt, ja jetzt werden viele sagen, ja Fake, ist klar, macht eh keiner, Verluste eh nicht richtig. Ich sage es einfach mal, wir haben vor einem halben Jahr oder so auch eine Egato-Verlust und das war auch kein Fake, wir haben so ein Auflosungsvideo gemacht, allerdings war das doch auf einem anderen Kanal, glaube ich, ich bin mir aber nicht mal allzu sicher, ja und deswegen war es auch kein Fake und dieses Jahr ist zu gewinnen eine Playstation 3, im Hintergrund seht ihr jetzt, wie ich die Filme, denke ich mal, mit meinem Handy, nicht so eine gute Qualität, aber das geht eigentlich schon in Ordnung, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Ähm, ja der PS3 ist die zweitälteste der PS3, also die ist auch schon 2, 3, 4, ne ich denke mal 2, 3 Jahre alt, aber die funktioniert immer noch einwandfrei, ich habe mit der letzten erst gezockt GTA 5, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr, weil ich jetzt auch GTA 5 für der PS4 habe und die Spiele, die ich für die PS3 habe, kann ich jetzt auch auf der PS4 spielen, deswegen brauche ich sie nicht mehr. Ähm, Controller sind da 2 bei, aber einer ist davon schon ein bisschen angestangen, würde ich jetzt mal sagen, nämlich die Kreuztasten, die unterste ist, geht nicht mehr so ganz, also die geht noch, aber muss man halt voll raufdrücken und ja, sonst geht eigentlich einwandfrei und der andere Controller, den habe ich eigentlich nicht so viel benutzt und geht auch noch richtig, also wie neu würde ich jetzt mal sagen, habe ich auch erst vor ein paar Monaten bekommen, keine Ahnung warum ich den noch bekomme, obwohl ich eine PS4 schon seit Januar habe, keine Ahnung, aber jedenfalls PS3 einwandfrei, funktioniert richtig gut und die Controller, ja mit den kann man auch spielen. Ähm, außerdem werden wir auch in den nächsten Tagen, oder in den nächsten Wochen würde ich erstmal sagen, noch Spiele von der PS3 verlosen, ich denke mal, es haben zwar schon viele welche, zum Beispiel Spiele wie GTA 5 oder Need for Speed oder, keine Ahnung, CD Ghosts und so weiter, aber wir werden die einfach mal verlosen, weil wir mit denen eh nichts anfangen können und bei GameStop oder wie die heißt, oder bei Ebay, kriegt man da nur noch 5 oder 10 Euro für, also das lohnt sich auch nicht wirklich und dann werden wir auch noch wahrscheinlich, ähm, am 23. oder so, also einen Tag vor Weihnachten ist ja klar, also 23. Dezember, eine PSN-Card und eine PaySafe-Card verlosen von einem Wert von, lasst euch überraschen, also wissen wir noch nicht ganz genau, PSN-Card denke ich mal 20 Euro, weil man kann ja nur der 20 und der 50er glaube ich im Shop kaufen, also im Internet gibt es ja auch 5, 10, 15 und so, aber die muss man ja online kaufen, deswegen ist das ein bisschen schwierig und kompliziert, deswegen lieber so und ja, jetzt nochmal zu den Teilnehmensbedingungen, das sind nochmal zu ein, SkillgamingTV abonnieren, das müsst ihr genauso wie das Video hier liken und kommentieren mit, ich will oder, keine Ahnung, lasst euch was ausdenken, ist mir relativ egal und wenn ihr eine höhere Gewinnschafts haben wollt, müsst ihr unsere Facebook-Seite liken, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann uns bei Facebook anschreiben, ja, ich heiße auf YouTube, keine Ahnung, euer Name halt, ne, ich weiß ja nicht, wie er heißt, ähm, und dann wissen wir ja, ah, okay, er hat ja bei YouTube geschrieben, ich will teilnehmen und bei Facebook, ähm, hat er auch geschrieben, also seinen Namen auf YouTube, hat er dann auch bei Facebook geschrieben und dann wissen wir ja, er hat Facebook, äh, unsere Facebook-Seite gleich und uns abonniert, das ist eine höhere Gewinnschafts, weil dann, wir losen ja mit einer Seite aus, denke ich mal, also im Internet, tragen wir alle Namen ein und dann kommt ihr, ähm, also es kommt drauf an, wie viele Teilnehmer mitmachen, wenn es nachher über 100 sind, dann kommt ihr sogar dreimal, äh, in die Trommel, würde ich jetzt mal sagen, also einfach, ähm, die, die Gewinnchancen ist höher, also dreimal so hoch, würde ich jetzt mal sagen, und, ja, wenn nur irgendwie 50 Euro mitmachen, habt ihr halt, äh, zweifache Gewinnchancen, also die Chance ist einmal höher, dass ihr die PS3 gewinnen könnt, und, ja, das war's eigentlich dazu, falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit, aber es müsste eigentlich klar sein, abonnieren, liken, kommentieren, Facebook-Seite auch, meinetwegen sehr gerne liken, wenn ihr eine höhere Gewinnchance haben wollt, und dann freut ihr euch auch schon auf die nächsten Sachen, die kommen, zu verlosen PS3-Spiele, vielleicht auch ein PS4-Spiel, weiß noch nicht ganz genau, oder ein Xbox One-Spiel, aber wir spielen beide nicht Xbox One, deswegen eher nicht, und dann noch vom 23. Dezember eine PSN-Karte und eine Paysafe-Karte, also bleibt dran, seid aktiv, und, ja, bis zum nächsten Video, haut rein, macht es gut, und viel Glück und Erfolg. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020